ich glaube das level 4 haben wir auch noch nicht gefunden ok, hier, das sind die jene ich hab's ich hab's jetzt hätte ich auch die einfach ignorieren können sind die, waren das jetzt die, die hier, sind die mir jetzt da gefolgt oder wo kam die überhaupt her ok, das sind andere ja, komm, ihr könnt mich mal, ich lasse euch einfach so, was haben wir hier, level 7 ok, was ist hier, welches Tor, level 4 4, level 4 ok, also wenn wir jetzt noch 6 dunkle Seenstunnel, also wenn ich richtig gezählt habe, dann können wir hier weiterkommen und level 5 haben wir auch schon gesehen genau ist hier noch irgendwas na hä, wo kommst du denn hier ok, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen ich glaub zum Tempel, oder? in den Ausläufern im Reich der Toten in den unterdrückten und angstbebenden Worten der herumschleichenden, lauernden Widergänger diese alten Städten Bluttempel der Loa darin die dunklen Seelen ihre verborgenen Verstecke fanden verborgen von den blutrünstigen, in Voodoo-Überlieferungen, kenntnisreichen Schwestern ok, schauen wir mal ich glaub hier war auch noch so ein extremes Labyrinth äh, bevor wir zu dem Tempel kommen ja genau hier ich glaub, da kann man sich auch richtig verlaufen ich hab's ok, schauen wir mal hier ich geh jetzt einfach mal erstmal hier lang ähm, ich weiß gar nicht kann man hier irgendwo hin tauchen? ah ok, ne das mach ich später das mach ich später Alter, wie langsam ne, ich möchte erstmal hier hier erstmal gucken ok ok, ah, verdammt wo ist hier? weil, ihr seht also das ist einfach das wirklich krasseste Labyrinth überhaupt ich weiß gar nicht genau ob's hier nur zum Tempel ging ich glaub hier ging's auch noch irgendwo anders hin ok, also hier Blutfälle was? kommst du denn hier? ah, und hier kann man auch noch was zerstören ja, hab's gesetzt ja, hab's gesetzt genau, ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal Shadow Moment durchgespielt habe da hab ich diese Waffe gar nicht gefunden gehabt und hier Level 5 boah, richtig unfair wie soll ich denn das wiederfinden? ok, also 2 Level 5 Tore ok, also hier irgendwo, ähm, werde ich das dann finden Level 5 Tor aber ich hab keine Ahnung, wie hier wie bin ich hier überhaupt hierher gekommen? ach so, hier genau wo ging's da nochmal hin? ja, geh ich mal hier wieder runter jetzt, wo bin ich denn jetzt? ja, geh ich mal hier lang äh ähm was? wo geht's jetzt hier? ah, hier ah, ok, jetzt bin ich wieder am Anfang warte mal, hab ich hier irgendwas verpasst? ich schau nochmal ganz kurz ok, also da ist der Anfang und dann ok, da wollen wir da gegangen gehen wir erstmal hier nochmal oder geh ich jetzt hier eiskalt zurück? ne, hier war ich noch nicht ah doch ok, hier bin ich jetzt im Kreis gegangen sehr schön ok, hier also ich hab jetzt bisher nichts weiter gesehen außer dieses Level 5 Tor und hier so ganz viele solche aber da ist glaube ich eh nichts wichtiges weil ich meine, wenn ich das ganze Spiel durchgespielt habe also 120 Seelen gesammelt habe ohne diese äh Waffe die ja quasi diese Türen da öffnet überhaupt zu finden dann glaube ich ist die auch unwichtig ah, genau jetzt hier muss ich tauchen warte, geht's da noch hin? ne, geht's da noch hin hier geht's zum Tempel dann kann ich mich noch erinnern ja, jetzt blöden scheiß Fische Todes Fische wieso kann man eigentlich mit der Maus nicht äh zumindestens mal irgendwo nach unten gucken oder so Alter ich weiß gar nicht ob die wieder neu spawnen ich glaube wenn die wieder neu spawnen dann verschwende ich eh nur meine Zeit wenn ich die besiege und hier, genau hier können wir dann wenn wir die Blutfälle dann erklimmen können dann können wir ja auch nochmal zurückkehren ähm ja, schauen wir erstmal hier hin was haben wir hier ok, hier ist der Tempelbeginn ähm yo kann ich, kann ich die so schon besiegen? was? ich kann die erst besiegen wenn wenn der Tempel erwacht ist? da tut sich gar nichts ok ok, jetzt hier der Tempel erwache und dann hier die Tempel und die Hexen da wie Yoha ich weiß gar nicht was das ist Yoha kennt man die irgendwo hier? ne ok die Schwestern erwachen so sehr gut ähm ja wieder zurück ok und hier gibt es dann quasi so zwei Treppen die äh quasi parallel die verlaufen ich weiß gar nicht, ich glaube ich tue mal speichern ja weil wenn ich jetzt sterbe weil ich glaube da was nein ich muss erst ganz ganz nach oben vom Tempel also ganz oben zum Tempel kommen bevor ähm also bevor dann äh quasi diese Speicherstelle ist oh ne oh ne ist das jetzt unfair aber wenn ich jetzt sterbe dann muss ich wieder von irgendwo anfangen ok also hier das kann ich gleich benutzen dann das merke ich mir schon mal ok ja ich würde sagen ich fange hier ganz mal also ganz von oben an so so komm her wo geht's hier hin alter ok kann ich ja später blicken was ne eiskalte Sackgasse was ne eiskalte Sackgasse nichts das ist total verarschuld einfach nur eine Sackgasse ok ok dann hier warte mal was haben wir denn hier ach so ist hier parallel gleich ähm ja dann erwacht die die da ja ok die schwestern der nach ich glaube nur die eine da oder ja komm her neun ok ok sehr gut dann dann schau ah hier auch noch ne so schauen wir mal wieder wo sind wir wieder ob ich kann mich erinnern die Stelle war auch richtig nervig genau ich glaube das sind irgendwie fünf oder so schwestern und ich weiß gar nicht mehr auf jeden fall waren richtig viele kann man die was ich kann die nicht angreifen wenn die nicht erwacht sind ich glaube das war so nervig ich glaube ich habe nie gegen die gekämpft ich bin da einfach nur hochgerannt das mache ich jetzt auch dann auch wieder hier ich habe keinen bock hier ich habe keinen bock gegen die gekämpft weil es dauert ja auch ewig ich meine du musst da drei quasi drei voll aufgeladene schüsse auf die abfeuern das ist schauen wir was wir hier so und jetzt dann hier so schnell wie möglich dann wieder nach oben rennen ich habe ich habe warte mal ist hier noch irgendwas ja genau fünf schwestern das weiß ich noch richtig mies und dann ist da eine war ja da auch noch also insgesamt sechs schwestern Ok Beutern, definitiv sprechen So, jetzt einfach jumpen Ähm Ja, ich hab's gesehen, danke Die Schwestern erwachen So, jetzt schnell Komm, NEIN Los Einfach ignorieren Ich glaub, dass man die auch gar nicht besiegen soll Ich glaub, das ist vom Spiel gar nicht so gedacht Du sollst einfach die ignorieren Und da einfach los Alter Alter Ich hab mich getrocknet Was? Achso, hier ist er gar nicht Alter Was geht denn? Ich mein Haben sie irgendwie so einen garantierten Setter oder sowas? Los 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 Nooo Ok, was ist hier für eine Startruhe Ok Öhm Und was soll ich denn hier jetzt? Ehh, wo komm ich denn jetzt hier nach oben? Da muss ich nach oben, oder? Aber hier komme ich nicht nach oben, hier nicht Okay, alles klar Okay, dann gehen wir auf der anderen Seite nochmal Okay, jetzt Ne, warte mal, wenn ich jetzt nochmal runterfalle, dann laden, definitiv Ja, den hole ich mir noch Oh ja Und die Schwestern, die können mich auch mal Die können mich auch Ist das irgendwas? Ne Nein Oh, noch mal Oh Ja Ja, das hole ich mir noch Okay, hier geht es auch noch wohin Alles klar, das merke ich mir Hier Da kann man auch noch irgendwo hin Aber ich glaube, dass man Ähm, alle 100 Seelen sammeln konnte Alle 120 Und das ist wirklich scheißegal Okay, wie komme ich jetzt am besten Warte, das gibt es doch nicht Hier die Steuerung Okay, hier und hier Ja, speichern So Und Geschafft Gehen wir erstmal hier hin, schauen wir mal, was hier ist Okay, und jetzt die einfach Wieder ignorieren Die können mich mal Ja Wie lange dauert es noch Das nervt mich jedes Mal, das ist unendlich nervig Wieso dauert es so lange, das gibt es ja nicht Eine Sekunde lange, habe ich es gesehen Aber dass man es dann irgendwie noch Sieben, acht Sekunden erlassen muss Was geht denn hier Was geht denn hier Okay Okay Ja Nein Kommen die jetzt hier Rollen Rollen Nein Nein! Volle! Ja also hier muss man einfach volles Leben sammeln und dann durchrennen Also anders erklär ich mir das nicht Warte mal Was? Wo geht's denn hier hin? Wie soll man da hinkommen? Warte mal, das probier ich jetzt mal aus Wie soll ich denn da hinkommen? Hä? Wie soll das denn gehen? Also ich kann mich doch da weder hinhangeln und ich hab auch eigentlich keine Plattform wo ich da jetzt genau hinspringen kann Komisch Ok Ist der sonst noch irgendein Gang oder so? Ne Ok, dann jetzt Kann ich jetzt den Tempel betreten Die Schwestern erwachen Ne, eine fehlt mir noch Genau, ein Schalter fehlt mir noch Uah 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 Lass mich Lass mich Lass mich Lass mich So jetzt Wo ist der letzte? Hier Ist da noch irgendwas sonst? Nein Ok, das ist jetzt der letzte Der letzte Schalter und dann kann ich den Tempel betreten Ok Ok, hier Immer Zwei Was war hier? Nix Ok Ok, und wir hier noch Drei 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 Also bevor ich jetzt erstmal den Schalter drücke Muss ich mich erstmal überhaupt zurechtfinden Wo ich jetzt überhaupt wieder zurück muss Wobei denn überhaupt nochmal der Weg zurück War der hier? Ähm War das hier? Ich speichere mal und tue nochmal laden Ähm, hier Schauen wir mal Geht's hier zurück? Nein Eben nicht Wär hier genau in die Falle gelaufen Oh, jetzt hab ich mich schon gut verirrt Ah, ok, hier Ah, das ist ja Alles klar Ähm, laden Ok, wo, wo war das jetzt hier? Äh Also genau hinter mir Kann ich da irgendwie Kann man das so? Ja, perfekt Sehr gut Sehr gut Ja, die erste Prüfung Ja, die erste Prüfung Ok, sehr schön Die zweite Prüfung Schwester dabei Oh neee Wo, wo? Wo ging's nochmal zurück? Nein Lass mich Alter Hier Ok Oh, jetzt muss ich Nein Böse Nein 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 Wo, wo ging's jetzt nochmal hin? Weiß ich nicht Ah, hier Ok, sehr gut Sind da jetzt ja wieder Sind die wieder gesporen? Nein Perfekt Ok Jetzt schnell zum Speicherpunkt Weil ich das hier nicht zurücklaufen muss Sehr, sehr schön Ich hörts Und der Zehnten gehören mir Ok, und an der Stelle mach ich mal ganz kurz Pause Tempel des Todes Tatscha Ah ok, also wenn wir noch 5 Kodos sammeln Dann können wir Ja, kriegen Können wir einen Können wir 100 Kodos opfern Dann kriegen wir noch Ein Leben dazu Ok, also hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben Bei diesem Tempel Den haben wir jetzt schonmal hier Können wir jetzt schonmal betreten Ja, mal gucken was jetzt hier so ist Ich glaub hier waren einige fallen Warte mal, wie sieht denn das jetzt aus? Wie so ein Anus Das sieht jetzt aus wirklich wie ein Anus, der sich öffnet Ok Ok Und da haben wir wieder so ein Lavasee Was haben wir hier? Da steht gar nichts Ok, da können wir dann auch später erst wieder was machen Merkt es mir Rollen Nein! 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 Ok Ok Speichern Jetzt! Nein! Nein! Ok Also erstmal sofort tot Jetzt wieder hier in den Anus in den Dickdarm Nein! Nein! Wir wollen da rein! Nein! 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 Das geht doch nicht! Warum? Wahrscheinlich hätte ich mich nicht abrollen sollen Nein! Ok, davon können wir nie genug kriegen Von dem Anblick Ok, kurz warten So jetzt Und! Jetzt! Nein! Nein! Ja! Ja! Geh die Hand! Ja! Das geht ja! Ja! Ok Also das sieht so aus als wenn es absinkt Ja! Oder? Ne das macht gar nichts Was haben wir hier? Ah, ein See Ok Ok, da können wir dann tauchen Wenn wir die Fähigkeit haben, dass wir tauchen können Ok, das sieht so aus als wenn es irgendwie runterfallen würde Kann man hier irgendwo Also ich finde ja die Steuerung teilweise schon ein bisschen blöd dass es dass man hier immer dann die Taste drücken muss um sie überhaupt umschauen zu können Haben wir hier noch irgendwas? Ok, also da können wir dann auch nochmal zurückkehren und dann da für unten Ok Was ist denn denn hier? Das sind irgendwelche Fälle Ah! Da sind zwei und hier zwei Alles klar Ich hab' Ich hab' Alles klar, hier der heilige Raum dieses Tempels Ah, wieder verdrückt Ich drück' mich immer eine Tasse zu weit Ok Ok, hier Ah, ich kann mich erinnern Da ist dann eine so eine übermächtige Schwester erwacht Die war die war irgendwie so dermaßen schwer Ich kann mich erinnern dass es wirklich extrem frustrierend war Wie kann ich da jetzt einfach runterfallen? Oder ich lass mich mal fangen? Alles klar Ok Ah, ok Hier können wir dann quasi die Fähigkeit gleich ausprobieren Naja, das haben wir es lieber nicht Ist jetzt schon einer erwacht? Das war Das war